Dann habe ich jetzt, wie gesagt, mitgebracht noch die Frequentis aus Österreich. Was macht Frequentis? Das ist keiner mit Offensivwaffen, sondern Luftraumüberwachung, Remote Control, Sicherheitseinsatzzentralen. Was da toll ist, ist, dass die Gründungsfamilie Badach immer noch 68 Prozent hält. Das heißt, es geht in the game. Und sie sind im Prinzip so in einem Burggraben drumherum. Das heißt, wenn sie mal wo gesetzt sind, kann kein anderer Wettbewerber reinkommen. Ich gebe nur ein Beispiel, dass man es auch haptisch hat, vorstellen kann, was sie auch machen. Das ist einfach im Prinzip den Tower am Flughafen in Saarbrücken. Den gibt es nicht mehr. Der wird gesteuert über die Frequentis-Technologie in Leipzig mit. Frequentis hat auch eine kleine Dividende. Wir sind derzeit noch im Abwärtstrend. Man kann Abstauber nehmen, Personen um die 25, 25, 20. Da ist ein sehr guter Boden.